Am wenigsten ist es auch schon aus wie hingekackt und hingeschissen. Ich hab uns gleich hier. Boah, da hat es sich zerfetzt. Mich dafür nicht. Erstmal hier. Ah, ich hab nur eine Sprachnachrichtung gehört. Fuck! Da kommt einer direkt um die Ecke. Ich hatte die falsche Waffe. Fuck! Unter dem Haus. Unter dem Haus. In diesem großen Haus auf den Trinken. Ich muss sagen, ob ich das selbst wollte. Ich schieße aber an der Rakete. Ich hab schon keinen Patzer sehen. Ja. Ja. Sehr schön. Ich habe gespawnt rot. Nein, das ist gut. Ja. Alter, ich komme nicht noch mal gespawnt. Ich bin in dem Haus bei dem Spawnpunkt. Das ist süß. Spawn bei der Garde. Spawn vielleicht mal bei mir. Dann können wir noch im Süden eine Garni bauen. Ich hab jetzt einen Lightman brauchen. Kann man einen Lightman brauchen. Bei dir. Genau wie du einen Panzer lädst. Der muss zurück zu den Ladestationen im Hardcap. Das sind diese komischen Tore. Garnbauten. Du bist auf Flügel 5 oder wo. Jo. Jo. Die ist schon über hinter uns rein. Ja. Ich hab's gedacht. Jetzt wird Hügel 5 natürlich im Rücken gecappt. Das ist immer das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Ja. Ach du Scheiße. Da ist die halbe Rutschland gehen hoch. Was hast du denn gedacht? So? Kurz sinaß. Na unten. NoONG. Wise. Charts. � ich habe jetzt eine minute lauf vor, da ist die Garnison. Direkt vorne ist da. Ja, wenn man von rechts geschossen wird, die so bescheuert haben. Johnny, hol sie dir. Hab ich schon. Ich habe eine Fiste. Wie auf ping. Ich bin gleich da. Ich habe einen ersten Ton, den du auf den Ring hast. Dann. Und dann... Shit. Hier ist die Garnison von sich. Hast du die jetzt blockiert und abgebaut? Nee, so'n Typ baut die gerade auf. Ich hab fast keine Kiste drin. F***. Da wird echt zählt worden wie bei Garnison abgebaut. Au. Yes. Au. Achtung, Baba ist... ...gefährlich hier. F*** ey. Ich hasse das. Guckst du auf den Map... Da oben ist er erschossen. Da würde ich schon erzählen. Da würde ich nicht lang laufen. Die sind direkt westlich von Kapelle. Da sind vereinzelt versprengte Truppen. Bitte, bitte. Ja komm, ruhig noch ein bisschen näher. Kriegst du ein Pflaster. Johnny, komm wo? Gib dir ein Pflaster, komm ruhig ein bisschen näher um die Ecke. Total. Ja, jetzt passt. Oben im Haus. Oben im Haus sind welche. Oben im Haus. Oben, lass ich. Ich hab den Sachen bei dir dahin. Johnny. Den Gunner oben. Was schreckt ihr? Naja, ich hab grad drückgedruckt er jetzt. Aber auch nicht viel machen können lassen. Nein, Ticker. Nein. F*** ey. Kommt der runter? Das ist doch. Paulin, der ist runtergezogen, oder? Der ist im ersten Stock gewesen. Ich finde nix. Okay, dann ist er hier rüber. Im Süden Stock hätte ich vielleicht noch gar nicht gleich aufbauen, wenn wir das eingenommen haben. Oh, okay. Ich hab ihn. Okay. Ich hab ihn. Auf dem Weg. Ja. Ja. Ich hab... Achtung, Johnny. Direkt vor dir. Hier. Ja. Ja. Und hier. 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 Ich kann nicht drängen. Ja, guck die auf die Treppe. Dann kann auch, wo der hier herkommt. Ja. Manchmal schon. Wenn man dann auch den Bug hat, dass das nicht richtig angezeigt wird, wie der so hoch ist. Ja. Alles hat mich. Ja. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Mit mir. Hilferein. Das ist das estát. So. Jetzt kommt. Tausend Posten stehen. Da, nicht einfach mal mit der Flucht. Wieder abenteuerlich aus. Boah. So. 10 Sekunden. was haben wir gar nie oder ist ja kurz davor bei cappelle ja dann op aber wir gehen in angriff ja das schaffen die schon vorzüge ich bin der t jetzt nach so einem trucker nur ist ein lkw alles klar holst du mich oder ist er kommt ich werde auch schon beschossen ich konnte nicht mehr ziemlich nah 50 meter höchstens wenn sie es nicht so gut rechte seite habe ich habe ich Die haben zu warm oder was? Ah, auf jeden Fall. F**k, direkt am Außenposten schon weggecampt. F**k. So ein Beschutz, ja gar nichts. Danni, kannst du mich holen? Komm. Es kommt schon einer. Schordi oben. Danke Schordi. Gar die oben. Achtung mal, hier wurde einer gerade eben irgendwie... ...vg zersiegt. Danke, danke. Ich bin noch weiter raus. Robert, ich geh mal im Wache entlang. Ja. Papier. Oh, ganz dahinten. Auf den Weg. Hap. Der ist, der ist in die Ecke. Ich hab mal eine Rakete hinter geschossen. Was? Ich hab zwei um die Ecke. Achtung. Hier ist noch ein kleiner Bär. Bist du noch einer solchen Sack? Ja, hier. Rechte Mauer, direkt vor dir. Da. Okay, hab ich. Ich hab die so erst geschossen. Bei meiner Leiche. Blani oben ist weg. Ja, die ist schon hier. Ja, die ist schon hier. Nein, Johnny. Ist mir eigentlich wurscht, ja? Ich würd hier gern mal gar noch spielen, in der Verteidigung. Ach, der Kevin ist da. Ja, mach ich Medic. Yes, yes, yes. Die Kollegen haben die Felder einfach gebrochen. Auf dem Matschfeld sind sie hier vorne schon. Einen haben wir gewischt. Ja, Johnny, doch. Jetzt links gehst du bis zu Hause. Ah, da war er. Das ist. Die sind immer noch an diesem schrottigen Haus. Ja, die da fährt. War kein NG. Spottiger Haus. Fern. Ab da hin. Aufbauen das NG. Und dann hältst du hier die... Kann ich jetzt auch gehen, direkt rein. Halt einfach die, die Seite. Die Flanke. Oder auch nicht. Das hat den Eiskalt erledigt. Was? Jo. Fern ist auch da. Von rechts irgendwo. Ich geh mal in den Haus drin. Aber ich lass die anderen Seite stehen. Aber ich lass die anderen Seite stehen. Hab wo, hä? Was war da? Hey. Der ist gleich bei unserem Spawn. Alter Schiss hier, wenn der Panzer erfaust durchs Gebüsch. Bist du auch von dem Machine Gunner weggebrochen oder was? Ja. Rechts von unserem. Da hat sie nicht verstanden. Nice. Jetzt ist ich bei unseren General erschossen hier. Schau mal. War ich auch schon kurz davor. Ich warst mit Robert erschossen. Conny, ab nach vorne. Wir brauchen zu Kneiss. Hab hier einen Sniper. Ja. Freudiger Hund. Okay. Ich kann weiter vor. Fuck. Ja. Ja. Nur noch 137 Meter bis Radar. Oh shit. Den hat's erwischt. Direkt an der Kasse. Auf den Picken hab ich einen erwischt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Warte mal. Da kommt eine Rakete hinter. Was ist das? Nein. Schön. Mit einer im Lieber, das hier alle gerade ist. Hm. So im Schache. Was? Oh, ich komm. Nee, ich bin tot. Ja. Ich bin nur tot. Wenn du nicht so ein bisschen zufrieden. Oh. 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 Da ist einer im Matsch. Auf 260 Mgler im Matsch. Hab ich einen schönen Headshot. Die kommen jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen nordöstlich an. Die gleichen Scheißen eben. Lenkt zwar. Achtung auf Ping. Schießt da mal. Da liegt einer. Ich weiß nicht ob er tot ist. Ah sieht tot aus. Komm auch. Irgendwie da ist noch einer. Ich hab wieder mehr raus. Oder der Wasserhahnbuck. Das wollten die eigentlich beheben. Stand doch in dem Patch noch. Ja kam ja schon nix. Noch ist nicht geupdatet. Ich renn weiter vor. Geht mit Deckung. Ich bin hinter dir. Achtung da ist ganz viel aufs Dauerspiel. Erstens eins fort. Dann lass mal dem Haus verschanzen oder? Ja. Nee ich hab nicht. Ah sie haben mich verdammt. Aha ich hab's nicht geschafft durchzukommen. Ja. 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 Die rennen noch weiter hinten und hier zwischen den Bäumen. Ich glaub wir haben ihn. Ja. Da ist noch einer auf dem Haus. Da ist ein Heuball. Da lag einer oben drauf. Okay. Okay. Dann liegt der jetzt bestimmt hinten dran. Nein. Hier rechts von euch in diesem Waldstück. Da ist ein Scharfschutz an. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaub ich hab ihn. Ich hab nur noch mal ne Pistole. Okay. Ich mach mir das besser draußen. Lass sie kommen auf jeden Fall. Ich bin weg. War der direkt vor dir? Naja. Ich hab nicht auf der anderen Seite vom Haus wo ich grad lag. Als Medic hast du aber auch so scheiß wenige Munition bei dir. Ja vor allem hier mit dem Parabiner. Hast du ihn? Robert? Hast du ihn gesehen? Nö. Aber die ballern hier munter rein. Nö. Ich hab einen erwischt. Der war... Ich glaub ich hab einen. Ich hab noch gegen hinter der Hecke. Ich schmeiß da mal zwei Granaten hin. Du willst die Munieren haben, Robert? Einfach hier. Der ist da. Okay. Top. Die Wette geht nicht. Ey! Schon wieder! Immer dieselbe Scheiße aus derselben Richtung. Der Typ der lacht sich nen Ernst. Nein. So jetzt reicht's mir. Jetzt wird das eingesmoked. Komplett. Boah er hat mich. Also Robert geh nicht ins Haus. Die sind da noch. Auf der linken Seite. Links vom Haus sind die. Ah ja ich seh ihn. Hast du ihn? Achtung Richtung Holztor liegt einer. Kurz davor. Hier bei mir mehrere Leute. So. Wir haben jetzt n Problem. Wir verlieren. La Grande Siege. Bei mir kannst du auch auf meinem Krieg als Infanterie machen setzen. Da kommen auch viele. Geht nach mir. Drei Stück. Ganz toll. Oh die schießen schon mit Raketen hier dahinter. Ja die schießen heute mit Raketen da da. Nee ich sag ja die schießen mit Raketen da durch die Hecken einfachste. Ich fach's doch Yeah Alter, da haben sie Platz zum Gewehr, der hat mir Angst, der schießt echt nicht Passt auf mich Oh, die cappen sogar an Naja, die cappen an und an Ja Ich hab' den Schoss Ich hab' den Schoss Ich hab' den Schoss Alter, hier ist ein Massengrad Panzer Nein, unserer So, wir haben's hier eingenommen Was habt ihr eingenommen? Diesen Hof hier Oh Lauf da, wir verlieren hier den Weiß ich Haufen hier nicht Kein Bock jetzt noch die verlieren, das Spiel Alter Ich bin mit Zaun geklettert und schreit auf den Zeug drauf Geil Er kommt nach unten, nach unten und schießt Ich hab' den grad so krass mit der Granate zerfetzt Ist einfach komplett drauf Da laufen sie auf Ping, auf Ping Alle, da rüber Richtig viele Von da, ne? Ja Richtig viele auf Ping Achtung, Feinde auf 10 10 bis 30 können sie schon Ich frag' mich wie die, die mich da geholt haben Da war ein Deutscher direkt nach dem Rückgriff Den hab' ich bekommen, aber den Rest hab' ich nicht gesehen Jo, wir haben's Boah, na schön von hinten Am Bunker Weil, ich hätt' ja nicht gedacht, dass ich den heut' noch mal aus der Nähe sehen kann Punkt ist überraschend, was wir haben gehört Ach man Ha Tja